So, und da sind wir wieder zu The Last of Us, liebe Freunde. Mein Name ist Flanconio. Und wir sind hier 20 Jahre nach dem tragischen Tod unserer einzigen Tochter. Sieht schon richtig cool aus hier, ne? Richtige Weltuntergangsstimmung. Ja, was jetzt? Wo müssen wir hin? Hier hin, oder? Tachchen! In Ordnung, gehen weiter. Danke. Was? Links nach unten und drücke ich so? Verdammte Fireflies! Ah, jetzt kann ich sprinten hier, Alter. Achtung! Checkpoint 5 ist bis auf weiteres geschlossen. Luft scheint rein zu sein. Alle Zivilisten müssen den Bereich so kurz verlaufen. Puh, das war knapp. So viel zum einfachen Weg. Verarzt du dich, okay? Jo, Medikit, verarzt du deinen Mund mit einem Medikit. Du brauchst Zeit, um ein Medikit zu benutzen. Halte dich an einem sicheren Ort auf. Rüßte das Medikit mit aus und halte dann rechts zwei gedrückt, um zu verbinden. X drücken zum Fortfahren. Okay, also so. Ach nee, das muss ich halten, okay. Hm, bitte. Wir werden alle Checkpoints schließen. Wir werden außenrum gehen müssen. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe? Toll. Herr Tess, hast du's mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Äh, Marlene. Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob die mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich hab keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja. Dann bis bald. Jo, mach's gut. Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Ja, ist schon richtig, richtig cool inszeniert alles, wirklich. Okay. Ist ja das. Wir sind dran. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Jo, dann mach's gut. Was? Jo, hilf mir mal damit. Ach ja. Seid vorsichtig da draußen. Zimmer. Oh Gott, das ist schlimm. Sie sollten darauf achten, was sie wegwerfen. Das wäre nicht. Warte mal, ich guck mich mal hier um. Sieht schon richtig cool aus, wirklich. Sehr schön hier, alte Matratzen. Alter Generator funktioniert aber einwandfrei, wie's aussieht. Ich laufe mal ein bisschen schneller. So, nach vorne bewegen und drücke, um zu springen. Sehr schön. Oh, grünes Gel. Unsere Rucksäcke sind noch hier. Na, rüsten wir uns mal aus hier. Nicht mehr viele Kugeln. Tja, du musst gut zielen. Hm, war ja klar. So, drücke zum Nachladen rechts zwei, während du nicht zielst. Okay. Warte mal, kann ich hier Licht anmachen? Wie kann ich hier Licht anmachen? Okay, so kann ich zielen. Eigentlich das Standart zielen, ne? Bei Games. Mit links zwei. Okay, wo müssen wir hin? Hier hin? Logisch. Bereit? Ja, Mann. Na los. Hm, kräftige Lady. So, und weiter geht's. Geh weiter. Okay. Vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Ist das eine Fangfrage? So, jetzt geht's rund, liebe Freunde. Jetzt sind wir hier im Survival. Im Überlebenskampf gegen die Infizierten. Und ich check das mal hier. Ich kann hier leider nicht rennen, grad. Ich guck mal, jede Kugel kann Gold wert sein, ne? Das hab ich schon bei The Evil Within gemerkt. Und hier alles verwies, der übelst krass. So, jetzt kann ich wieder rennen. Warte mal. Leiter, 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 Leiter. Leiter, Leiter, Leiter. Vielleicht hier hinten? Okay, hier ist alles zugesperrt mit solchen... Ja, ich nenne sie mal Plomben. Okay, parken ist hier verboten. Gut, er will hier noch parken, ne? Ach, das sieht schon hier richtig krass aus. Mit diesen Blumen, mit diesen... Pflanzenohren. Hier ein kleiner Teich. Da sind bestimmt Frösche drin. So, wir suchen aber jetzt hier keine Frösche. Ich brauch ne, Leiter. Der läuft aber recht langsam, finde ich, ne? Für meinen Geschmack. Okay, ich bin immer noch auf der Suche nach der Leiter. Okay, 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 okay. So steck ich die Waffe weg. Ah, so geh ich runter. Okay. Ist hier ne Leiter? Ne, ne? Sehr schön. Okay, jetzt komm ich langsam wieder mit der Steuerung ein bisschen klar. Ich brauch da natürlich ein bisschen Übung. Denn wer mich kennt und meine Let's Plays kennt, ich spiel ja eigentlich nie vor, außer das Spiel jetzt. Das hab ich schon ein bisschen angefangen. Aber ist auch natürlich schon ewig lang her wieder. Ich hab dieses Spiel gezockt, hab ich noch gar keine Let's Plays gemacht. Ich find's ja auch nicht. Grutze fix. Wo ist die Leiter? Doch, da ist sie. Tutorial freigeschaltet zum Anziehen. Das drücken. Komm, das machen wir noch ganz kurz. Leiter, oh, Bretter. Stelle Leitern an Wände, um höher gelegene Orte zu erreichen. Wenn Leitern oder Bretter einen Vorsprung überragen, kannst du sie mitnehmen und eine andere Stelle tragen. Bretter können über Löcher und Spalten gelegt werden, um an Stellen zu kommen, die durch Springe nicht zu erreichen sind. Cool, cool, cool. Bewegung, blieblablo, Versteckspiel. Ja, ich denk dieses Tutorial werd ich mal irgendwann mal im Offline-Modus quasi. So. Sieht doch gut aus. Wollte ich gerade sagen. Oh, ich... Ich hab schon wieder Movie, ne? Dass die Infizierte wieder rumrennt. Ah, jetzt halt so. Wo wir von Waren reden, wann kommt was Neues rein? Warte, Sporen. Ach, du Koffi. Ach, du grüne Neune. Okay, gehen wir weiter. Gasmaske ist auf. Äh. Wo zur Hölle kommen die her? Bis her war es hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Ich guck mich nochmal hier kurz um, aber hier ist wohl anscheinend nix. Gut, wir müssen hier durch. Ach du Gott, schau noch die Sonne. Sind das Pilze oder was, ne? Äh, Alter. Oh, ne, da auch noch. Ach du Gott, die hat sich ja richtig erwischt. Hier sollten wir durchpassen. Scheiße. Alles okay? Ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Hier lang. Quetschen wir uns durch. Vorsicht. Scheiße. Pass auf, pass auf. Helf mir. Meine Maske ist kaputt. Ich will mich nicht verwandeln. Bitte. Was willst du jetzt tun? Ach du Scheiße. Es tut mir leid. Ruhe in Frieden. Gehen wir. Ach du Gott. Oh, hier Kugeln. Kann ich die aufnehmen? Ah, okay. Auch wieder mit Dreieck. Ja, ist ungewöhnlich, ne? Mit Dreieck hier was aufzunehmen. Was sind das? Sind das auch Pilze? Oh ja, die vermehren sich hier schon in den Ecken. Warte mal, war da hinten eigentlich noch was? Hier vielleicht noch alte PCs, aber richtig alte, ne? Ein Koffer. Kann ich da was aufmachen? Ne, sieht nicht so aus. Hier überall diese Pilze. Okay, gehen wir weiter. Okay. Gibt's hier was Brauchbares? Sieht aber auch nicht so aus. Hm, die Pflanze könnten wir mal wieder gießen, ne? Ja, gemütlich ist was anderes, ne? Ist hier was? Nein, gedrückt halten für Lauschmodus. Rechts, eins. Ganz ruhig, Juni. Ach, du Scheiße. Nein, die fressen einen. Himmel. Genu? Oder wir schleichen uns an denen vorbei. Ich glaube, wir schleichen uns dran vorbei. Voll, das gibt's ja nicht. Okay, wir lassen die mal lieber. Ich spare mal lieber ein bisschen Muni. Oh, was haben wir hier? Nochmal Muni. Yo. Die kann ich nochmal nachladen. So, genau. Kommen wir hier raus, Nina? Wo ist Tess? Mann, wo ist Tess, ey? Das gibt's doch nicht. Ich brauche einen gepflegten Headshot. Okay, okay, okay. Sehr schön, drücke zum Nachladen, während du nichts siehst. Okay, das waren alle. Tatsächlich. Kann ich da irgendwas holen von dem? Oh, Manni. Gehen wir zurück in die Stadt. Ja, Headshots sind die besten. Zurück in die Stadt, wo geht's da lang? Hier entlang, oder wie? Okay. Ich komm hier nicht durch. Komisch, okay. Da müssen wir. Wo kommt der jetzt her? Hä? Oh, hier ist er tot, verstehst du? Und da ist das Blut. Okay, zurück in die Stadt. Nur wo geht's hier raus wieder? Voll, Alter. Bin ich so gut? Das gibt's doch nicht. So, jetzt sind wir hier. Alter, wo geht's hier raus wieder? Bin ich jetzt doof, oder bin ich doof? Von hier sind wir ja gekommen, ne? Müssen wir aber wieder hier raus, oder wie? Nee, von hier sind wir gekommen. Von hier sind wir gekommen. Hey, Tess, sag du auch mal was. Wo muss ich jetzt hin? Das geht ja eigentlich nur hier entlang. Oder dann wirklich hier entlang, ne? Aber ich kann ja auch schon nicht irgendwie interagieren. Hä? Hilf mir! Ich steh auf dem Schlauch. Hier wäre noch eine Möglichkeit, ne? Aber ich komme hier nicht raus. Kühlschrank ist auch nichts drin. Mann, Leute! Hey, wo geht's hier wieder raus? Äh, ich Idiot. Endlich wieder Frischluft. Okay, so kann ich wieder vorladen. Gott sei Dank muss ich nicht extra noch Batterien suchen. Für die Taschenlampe. Und hier, hm, hat's auch schon mal besser ausgeschaut, ne? Okay, scheint in mir irgendwie ein Büro zu sein. Hm, logischerweise. So, die Funseln machen wir aus. Ach, frische Luft. Ja, wem sagst du das, Tess? Dafür lohnt es sich, nach draußen zu kommen. Ich hasse den Gestank in der Stadt. Warum fragst du Bill nicht nach einem dieser Raumsprays? Hey, wenn die nicht abgelaufen wären, wäre das ne Idee. Hier lang. Ich guck mich nochmal hier ein bisschen um kurz. Bevor wir hier doch einen kleinen Cut machen. Bevor es dann hier wieder weiter geht. Vielleicht ein bisschen Muni oder so. Kann ja nicht schaden, wir haben jetzt erst zwei Kugeln verbraucht. Ja, ist ein guter Schnitt, sag ich mal, ne? So, und hier sind wir. Und hier wieder, während Tess hier schon unter Wahl weiterläuft. Ach komm, da gehen wir auch noch mit hoch. Das ist doch da unten, was hast du denn? Machen wir das noch? Komm, das machen wir noch, oder? Ah, in der Folge machen wir das noch. Ich mach hier nochmal kurz die Funzel an. Was ist das? Oh, High Voltage, Starkstrom. Da kommt Stimmung auf. So, wir nehmen das Brett. Hier, Reich ist rüber. Das ist ganz schön schwer. Ich werde das schon sagen. Okay. Die hat Mookis. Okay, und wie komm ich da wieder rüber jetzt? Geh doch. Schwing deinen Arsch hoch. Dann los. Zu Befehl, Boss. Vielleicht hier. Wir sind fast da. Ah, okay, okay. Etzerler, jawohl. Gut, liebe Freunde. Bevor wir hier wieder drüber gehen, sag ich danke fürs Zuschauen. Wir hatten unsere ersten Infizierten bei diesem Spiel und ja, recht erfolgreich überstanden mit einem Headshot. Und Tess hat auch noch ihre Wenigkeit dazu beigetragen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge zu Let's Play The Last of Us. Ciao.